Hallo zusammen, heute ist der vierte Tag, der 17.04.08.58 Uhr und wir haben uns jetzt aufgemacht nach Urvenie. Heute sind es ja nur noch 18 Kilometer, weil wir gestern halt ein bisschen geschoben haben. Und der urheberrechtliche Spruch des Tages heute von Mr. X. Ich habe eine Motivation, ich könnte Setzlinge ausweiten. Bis dann, tschööö. Schööööf, einen guten Einsatz hinweg, denn erstmal estou nur auf dem Her Ethan nicht! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt in Guareni angekommen und überlegen, ob wir weiterlaufen. Ich habe jetzt mittlerweile die siebte Blase, mir tun die Füße so weh. Und jetzt habe ich auch noch eine unterm linken Fersenfuß. Ja, echt geil. Die tut sauweh. Ah ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und überlegen dann nochmal, ob wir weitergehen oder ob wir hierbleiben. Bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben. Hier sind es wieder. Wir sind doch weiter nach Niver gelaufen. Es ist jetzt kurz nach vier. Ja, ich habe jetzt neun Blasen. Es wird immer mehr. Das Laufen gestaltet sich immer schwieriger. Ja, wir wollen jetzt jetzt nur was essen und dann, ich weiß nicht, ob wir was rumlaufen und blotzen. Meine Füße würden sagen nein. Mein Geist wird schon umgegangen. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Erst mal ein bisschen schon. So, morgen geht es dann weiter mit 19 Kilometer. Ich starte 29. Wir laufen nach Saint-Paris-le-Châtel. Ja, und das sind 19 Kilometer. Ich glaube, mehr wird es morgen nicht. Wir schauen einfach mal, vielleicht hängen wir dann nochmal 10 dran. Das seht ihr ja dann, ne? Dann zeige ich euch jetzt noch unser Zimmer und sage bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.